Princess of Wales, Fotograf enthüllt Frechen mit William im Skiurlaub. Dass Prinz William, 40, und Keboin, Princess of Wales, 41, gerne mal miteinander konkurrieren, ist längst kein Geheimnis mehr. Sportliche Einheiten im Rahmen öffentlicher Termine. Wie jüngst beim Spinning-Kurs, absolviert das Paar immer mit einer Portion Ehrgeiz und einem Augenzwinkern. So entstand auch eine überraschende Schneeballschlacht im gemeinsamen Skiurlaub. Der Royal-Fotograf John Stillwell erinnert sich noch genau an den lustigen Moment, der sich 2016 im Schnee zugetragen hatte. Er war damals in seiner offiziellen Funktion als königlicher Fotograf in die französischen Alpen gereist. Er war damals um so entitale Erweinen, er war damals im 하겠습니다. Er war damals im größte. Er war damals im Graschen-Kurs, der sich im Neu-Kursiert mal wiederum in dem Geschäft. Er war damals im Mädchen, als er wirklich am Kurs фOnline war. Er war damals im Gass, die war damals im intrudringen in der Gefährdumsehälten. Er war damals im Gassel. Er war damals im Bahnhof von U.S. Er war damals im Gassel. Er war damals im Gegenteil in den Zugriff. Er war damals im Gassel. Er war damals im Gassel. Er war damals im Gassel. Er war damals im всёmarschlag. Er war damals im Gassel. Untertitelung des ZDF, 2020